Hier haben wir Koppsalat, hier oben Eisbergsalat. Das sind etwa 80.000 Stück. Also dieser Salat hier, der gibt nie mehr etwas. Und so sollte er sein. Ohne Schneckenbefälle ist der so gross. Der Salat hier, ziehe ich tiptop aus. Also tiptop nicht, da haben wir noch sicher die Punkte. Das ist ein wenig Schaden vom Regen, Stacheregen und ein wenig Häggeln haben wir hier beim Erntereifen Salat. Der ist jetzt aber nicht weiter tragisch, aber so einen Salat würde jeder kaufen von uns. Jetzt ist eben das Problem. Wenn wir hier die ausseren Blätter ein bisschen wegnehmen, dann fange ich zu. Ernten sieht man da nicht. Die Leute, die ernten, sehen hier einen Supersalat. Und sobald es irgendwo abgerüstet wird in der Küche, können wir die Schnecken führen. Und dann den Salat. Dann esse niemand mehr. Dann den Salat. Dann den Salat. Dann die Musik in der Küche. Der Salat. Dann die Musik in der Küche. Vielen Dank.